So, und das kann dem passieren mit Eltern, dass die Tochter einen Freund nach Hause mitbringt. Und da sagt die Mutter, wie ist der denn so, boah, sagt sie, ganz guter Charakter und alles, aber er raubt. Also, so sagt die. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, lass den laufen, das Rauben wird immer mehr. Dann eine Woche später oder zwei, bringt sie einen neuen Nächsten mit und dann sagt die Mutter, na, wie sieht's denn jetzt aus? Dann, der raucht nicht, der trinkt. Ach du meine Gute, das weiß ich aus eigener Erfahrung, der trinkt nachher immer mehr. Drei Wochen später, sag ich mal, kommt der dritte Kandidat, Mutti, der raucht nicht, der trinkt nicht. Was ist denn mit dem, das sieht? Tja, egal, das weiß ich nicht mehr aus, der will nur, genau, Fendt. Ach, sagt sie, das weiß ich aus eigener Erfahrung, nimm den Mann, das ändert sich später. Wieder noch einen? Von Hansa? Gut. Auch in der zweiten Liga ist es doch jetzt so, dass die in dem Tunnelausgang stehen. Und der vorne steht, hat meistens ein Wümpel. Und dann trampelt der wie so ein Stier, zieht sich nochmal die Hose zurecht, bis ein Mann mit dem Ball kommt. Und wenn der Mann mit dem Ball kommt, dann laufen die Reihen so im Gänsemarsch zum Mittelpunkt. Und wisst ihr, wie man diesen Gang bei Hansa nennt? Flaschenzucht. So, jetzt mach ich Schluss, Leute. Flaschenz. Aber Andra? Gut. Der, der, ich kenne mich gar nicht so aus, aber vor Zange, Zange sagt hier, ne? Vor Zange war Eis, Trainer, bei Hansa. Dann, äh, hat jetzt viele, vier oder fünfmal haben sie noch miteinander verloren, ne? Viermal oder fünfmal? Viermal. Fünfmal? Ja, ne? Ruf der Zaphofer doch den Eis an und sagt, so viel Liter waren, da hast du nun doch nicht verloren. Ab und zu hast du auch mal gewonnen. Boah, sagt er, dann habe ich besondere Methoden angewendet. Wir haben im Übungsraum zwei. Und wir, die haben hier auf dem Spielfeld verteilt. Und dann müssen die Kräder mehr drippeln. Und dann gewinnen wir auch wieder mal ein Spiel. Boah. Gesagt, getan. Nach einer halben Stunde ruft er den Eis an und sagt, was soll ich jetzt machen? Die Puppen gehören 3 zu 0. So, jetzt mal den allerletzten. Den allerletzten. Den Bauer, den Bauer einen Ort bei Rostock. Wurde Schnalsund bei Rostock? Ja? Gut. Nimm mal mal Schnalsund. Und da fährt einer mit dem Fahrrad auf dem Radweg bei Schnalsund. Und was sitzt auf dem Radweg in der Mitte? Ein Frosch. Der nimmt den auf, nimmt ihn zur Seite und sagt, Mensch, jetzt Kinderlatte, du setzt dich aber hier gefahren aus. Na ja, nach der Frosch, ich bin ja auch kein richtiger Frosch, ich pass schon auf, ich bin, weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber gute Fee, ne? Gute Fee. Gut. Du kannst dir was wünschen, du kannst dir was wünschen. Oh, sagt der Mensch, ich bin Außenvertreter und immer nach Rostock mit der Fee und nach Strahl, nach, äh, Stockholm. Du könntest mir da eine Brücke bauen. Das wäre wenig schneller für mich und so weiter. Ja, sagt der Frosch, wahn, wahn, so wie Beton und die Oste ist so weit und so weiter. Nee, sagt er, nee, nee, da geht nicht an. Wünsch dir was anderes. Dann sagt er doch zu dem Frosch, ich wünsche mir, dass Hansa das nächste Spiel gewinnt. Und dann sagt der Frosch, wenige Spuren soll denn die Autobahn haben? Ja, lieber Gerne, schön, dass du wieder in die Fülle gestiegen bist. Wir hoffen für dich, für uns, dass so ein Jahr wie das letzte bei dir persönlich nicht mehr eintritt, dass du uns weiterhin so erfreuen kannst. Und, danke schön, sagen wir, danke für die Wünsche und ein Ratschmarsch ist das Bitteste. Herr Kaffee-Meister, bitteschön, danke, danke, unser Präsident. Applaus 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 Ja, liebe Herren und Damen und Herren, jetzt bitte ich um absolute Aufmerksamkeit. Ein Starkast hat sich angesagt. Mein Krüger, in diesen heiligen Hallen. Wollen wir mal sehen, was er uns zu sagen hat. Die Welt ist furcht. behindert Ich bin zu gut zu den Kindern. Obwohl wir schon ziemlich Jahre lang verheiratet sind, muss ich sagen, hat sie es gar nicht so einfach gemacht. Und letztes Mal habe ich ihr gesagt, Schatz, habe ich gesagt, wir müssen gerne Sex unternehmen. Ja, habe ich gesagt, einfach so ganz weg zu ihr. Und dann hat sie gesagt, in Ordnung, ich lege mich auf den Gauch und du steigst mir in das Bücherkett. Da sind wir nichts. Und dann habe ich ein Wasserbett vor uns geordnet. Und jetzt sagen sie dazu, ein totes Meer. Und letztes Mal hat mein Schatz zu mir noch ganz gesagt, wie weit gehen wir zu einem Vortrag in vorzeitigen Elaktion. Habe ich gemacht? Ich war 10 Minuten zu früh da. Die Welt ist bunt und voller Namen. Und kennst du ihren Mitschau in den Reisenpass. Steht da Chantal oder auch Carmen? Dann weißt du mit der Maus, dann kriegst du Spaß. und kennst du und schau auf, denn wir wollen irgendwie nichts zu dir sagen. Schatzi, du wächst 20 Prozent auf alles. Außer auf Tiernach. Und du sollst dich immer mal Schatz, dich machen, das ganze ist klein. Doch du kannst dich zwischen Schaum und Ziele entscheiden Oh, du sollst den Kerner Schatz nicht sagen Das ist nicht sehr schön Das solltest du dir wirklich anbüllen Das solltest du dir wirklich angebüllen Irgendwie habe ich noch mal, oh da, habe ich noch mal was gehabt Einen guten Kumpel Ich trinke an sich kein Alkohol Aber Heim Das ist Heim Mein allerbester Kumpel Mal ein Stück für einen, mal nicht Aber eines muss ich sagen Was Heim gemacht hat Das ist wirklich wunderbar Heim hat Seinen gesamten Körper Den gesamten Körper Der Wissenschaftspartner Stellt